Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Redguard. Ja, ich habe jetzt gerade kurz die Steuerung vergessen, wollte wieder mit WASD steuern, aber ist hier nicht. Jetzt muss ich mal kurz überlegen, vielleicht müssen wir den einen Dude da wirklich erledigen. Nein, nein. So. Nein, bitte nicht, ich will noch leben. Okay, den Dude müssen wir erledigen. An dem kommen wir nicht vorbei, wenn wir hier hin müssen. So, komm, den müssen wir erledigen. Komm, irgendwie muss er doch gehen. Komm, ja, da war ein zweit Rapper, glaube ich. Nein, das klappt so nicht. Boah, wir haben auch nichts mehr. Warte mal. Wir können... Haben wir hier einen Strength Potion? Iron Skin. Ja. Okay, dann können wir jetzt einmal den hier. Wir riskieren das einmal gegen den Dude da. Irgendwo höre ich aber noch Leute kämpfen. Vielleicht hilft uns wirklich Iron Skin. Dass wir dann vielleicht jetzt drei Pepper aushalten. Jo, wir können jetzt mit Iron Skin... Alter. Bitte ein Health Potion. Okay, hat er nicht. Wir machen aber jetzt dafür hier auch nochmal ein Save Game. Weil wir den geschafft haben. Jetzt ist nur die Klare... Müssen wir hier überhaupt? Oder habe ich jetzt die ganze Zeit Mist gebaut? Pick up Rune? Muss das irgendwo hier hin? Nee, das war jetzt falsch. Zurück. Glaube ich, hier müssen wir nicht hin. Wir haben ja auf jeden Fall die Rune. Und jetzt nochmal da rüber springen. Würde ich jetzt mal riskieren. Ja. Okay, dann gönnen wir uns noch einmal die Rune. Oder müssen wir damit vielleicht nach oben. Ja, das kennen wir schon. Müssen wir damit hier hoch? Oder nicht? Boah, wenn ich wüsste, wo ich damit hin muss. Und wenn ich wüsste, wo wir noch ein paar Health Potions kriegen. Okay, das haben wir überstanden. Wir müssen aber weiter runter. Ein kleines bisschen, ja. Äh, so. Verwärterung ist nicht so einfach hier. Beim Schwingen. So. Und. Jetzt. Ich höre da die ganze Zeit irgendwelche Wachen mit ihren Wärtern da. Und du. Komm, noch ein bisschen. Noch ein bisschen. Noch ein bisschen. Und. Jetzt. Na, komm. Schwing. Cyrus, du musst schwingen. Brauchen gleich sehr viele Health Potions. Ja. Ähm. Ich hänge hier. Ah, doch nicht. Okay. Ich dachte, ich hänge da jetzt fest. Ich mache hier mal nochmal ein Save Game. Weil wir geklappt haben, hier rüber zu kommen. Genau. Wieder auf Cyrus. So. Jetzt ist die Frage, wo müssen wir langen? Vielleicht müssen wir hier runter. So. Hier ist niemand. Nee. Ich habe keine Ahnung, wo wir jetzt hier sind. Oder was wir hier machen müssen. Wahrscheinlich einfach nur da. Um sich zu verlaufen. So. Nochmal da hin. Äh. Komm ich hier hoch. Cyrus, hoch. Ja, komm. Nein. Läuft. Mir juckt die ganze Zeit die Nase. Ich weiß nicht, warum. So. Komm. Jetzt. 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 Ich raffe nicht, wo wir hin müssen. Ich raffe nicht, wo wir hin müssen. Ich hoffe, wir hier treffen. Nein. Da kommen wir nicht hin. Müssen wir schon hier runter? Müssen wir wirklich hier runter? Ich glaube schon, dass wir hier runter müssen. Okay. Okay. Warte mal. Wir haben ja... Rusty Key. Vielleicht damit irgendwie was? Oder habe ich es jetzt versaut? Muss ich vielleicht doch das andere Ding hier nehmen? Das hier? Um damit rüber zu kommen? Ich raffe gerade nicht, was ich machen muss. Hätte ich die vielleicht von der anderen Seite öffnen sollen? Hier. Ich glaube, ich habe es vermasselt. Let's play. Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht, dass ich es vermasselt habe. Ich hoffe nicht, dass ich es vermasselt habe. Aber okay. Machen wir es anders. Ich habe jetzt nicht vor, gegen die zu kämpfen, weil darüber leben wir nicht. Da geht es nochmal runter. Da kommen wir aber nicht weiter. So, an dem Dude müssen wir vorbei. Aber festgestellt, man muss sich schon blau anstellen, um hier irgendwie voranzukommen. Komm. Nein, nach unten, bitte. So, was haben wir hier? Noch ein Torch. So, da vorne liegt noch eine Maus. Ich habe keine Ahnung, was das macht. Brauche ich das Ding? Die Rune. Warte mal. Cool lever. Yo, okay. Wir müssen hier schon hier schon was machen. Machen wir hier nochmal ein Save Game. Nehmen wir das Ding mal raus. Und probieren alle anderen nochmal aus. So. Dann noch einmal hier drauf. Nochmal lever pullen. Nochmal drehen. Warte mal. Der hat da ein bestimmtes Symbol. Ist das Ding da drauf? Bin ich mir nicht sicher. Nicht, dass wir jetzt mehrere davon brauchen. Okay, noch einmal remogen. Ja, Cyrus. Genau. Noch einmal drehen. Genau, machen wir erstmal dein Tänzchen, Cyrus. Wir können das ja nur auf eine Art rausfinden. Wenn ich wüsste, wer es das Passport wäre. So, und noch einmal. Ich weiß nicht. Ich komme gerade nicht drauf. So. Und noch einmal so. Hoffentlich funktioniert das jetzt. Okay. Zwei Versuche noch. Und wenn das nicht klappt, dann müssen wir wahrscheinlich einen anderen. Was anderes machen. Oder einen anderen finden. Letzter Verdun. Nein! Trink da auch noch das Falsche. Und jetzt müssen wir es so klappen. Hä? Scheiße. Ich muss es so klappen. So. Ich muss es so klappen. Noch einmal drehen. So. Rein damit. Jetzt muss es doch klappen. Scheiße. Ich muss es so klappen. Muss ich vielleicht mit dem hier auch noch da was machen? Ich nehme den mal wieder raus. Nicht, dass ich jetzt noch einen brauche. Ich habe wirklich viel. Wir brauchen zwei. Wir gehen noch einmal auf den Säbel. Der ist jetzt aber nicht hinter uns her, oder? Ich hoffe mal nicht. Da geht es ja auch noch weiter. Ne, da. Boah, ich hoffe, ihr findet noch ein paar Heiltränke. Hilf Potions. Jo. Nein, nicht springen. Äh. Genau. Pick up Hilf Potions. So. Noch einmal einen. Nein. Hör. Jo. Komm. Geh drauf. Okay. Immer an sieben Gold hat er. Und den Health Potion. So. Mehr habe ich jetzt nicht. Und health. Aber wir können uns jetzt hier frei bewegen, immerhin. Haben wir noch irgendwas eingesammelt? Vielleicht was wichtiges. Was ist das? Ectoplasm. Torch. Island Map. Sonst habe ich keine Ahnung. Was ich hier jetzt habe. Was ich jetzt davon vielleicht brauche. Gibt es hier noch irgendwo Türen? Wege? Irgendwas? Zum einsammeln? Zum finden? Da vorne sind ja drei Türen. Die bringen mir gerade gar nichts. Vor allem, ich weiß auch nicht, was ich jetzt machen muss, wo ich hin muss und so weiter. Hier geht es ja auch nochmal runter. Achso. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe... Nein, da will ich nicht hin. Da hin bitte. Genau. Bitte nicht durch die Wand glipschen. Ja, genau. Gehen wir mal wieder da lang. Kann sein, dass da vielleicht der ein oder andere Jude uns nochmal entgegenkommt. Nein? Ja, okay. So geht's auf. So, die hatten wir schon. Ah, komm, Syrus. So, da wollen wir hoch. Da müsste jetzt gleich irgendwer kommen. Oder auch nicht. Wir müssen schon, glaube ich, mit dem Ding, was wir da haben, mit dem Token, oder was auch immer das ist, schon da vorne was machen. Oh, Syrus. Syrus, du bist ein Genie. Jetzt kommt er auch nicht mal weiter. So, mir juckt die Nase. Jedes Mal. Das muss schon damit irgendwie in Zusammenhang stehen. So, und dann, das Ding. Insert Rune into Notch. So, nehmen wir nochmal raus. Vielleicht müssen wir das hoch und runter machen. Und dann, das ist ein Eimer. Äh, nee. Genau. Dann machen wir einmal so. Einmal hoch. Und noch einmal runter. So, dann machen wir einmal so. Drehen. Und nochmal so. Und dann wieder rein. So. Okay, das funktioniert auch nicht. Aber, das Ding gehört da ja schon rein. Auf jeden Fall. So, jetzt können wir das Ding nochmal. Und nochmal. Und nochmal. Das wird eine Herausforderung, das hier zu raffen. Und nochmal nach unten. So, jetzt können wir das Ding nochmal. So, jetzt können wir das Ding nochmal machen. So, jetzt können wir das Ding nochmal machen. Einen Hebel benutzen. Schau, besser versuchen, etwas anderes zu. 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 Bin dann für euch ein paar Sekunden wieder da. Dann bis gleich. So, da bin ich wieder. Und ich will wieder mit Maus und WASD steuern. Super. Ich habe, wenn ich ehrlich bin, nicht wirklich herausfinden können, welche Quest das überhaupt ist, was ich hier mache. Ich habe nur irgendwie erfahren gehabt, so geguckt gehabt, dass das irgendwas hier mit zu tun haben könnte. Weil da sind ja ein paar Türen. Ich habe keine Ahnung, was das macht. Bisher weiß ich wirklich nicht, was... Ah, okay. Also, das Einzige, was ich jetzt gelesen hatte, war wirklich, dass es vielleicht das hier sein könnte. Aber wie die Quest hier heißt, die wir hier machen? Keine Ahnung. Ich würde sagen, wir machen hier aber mal ein Save-Game. Weil es ist schon ein Weilchen her, wo ich gespeichert hatte. Meine ich. So. Ich hätte vielleicht mehrere Saves machen sollen. Und ich hoffe, hier ist keine Wache. Aber wir müssen... Alter, was? Hier muss ich jetzt durch? Nein, Gott. Boah, Cyrus. Mach mir keine Angst. Irgendwas wird hier gesprengt, gerade. Ähm. Nein. Ja. Komm. Ja. Da muss ich durch. Ja. Alles klar. Ich sehe Spuren. Das wird noch ein Heidenspaß. Und ich habe nicht mal mein Schwert ausgerüstet. Äh. So. Und wir haben schon fast 200 Gold. Das ist super. Immerhin. Nein. Komm. Cyrus. Dahin. Ja. Cyrus, du bist Bombe. Cyrus, du bist der Beste. So. Komm. Und dann machen wir lieber noch einmal. Dahin. Ich habe gleich keinen Bock mehr. Ich habe hier. Jo. Jetzt hänge ich hier fest. Ist da. Nein, 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 nein. Cyrus. Ja. So ist gut. Nein. Ich glaube, ich habe keinen Bock mehr. So. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Okay, Cyrus. Den Drop hast du gut gemacht. Ja. Ach, ne. Da ist wieder so eine. So eine Waffe. Cyrus, ich bin einfach dran vorbei, ja. Mal einen Schritt zurück. Einen Schritt zurück, habe ich gedacht, Cyrus. Das wird noch einen weichen Dauern. Noch mal einen Schritt zurück. Dann hier jetzt gleich noch mal. So. Genau. Da bitte hängen bleiben. Gehen wir jetzt mal hier rum. Ja. So, und jetzt Cyrus. Alter. Nee. Geht so nicht. Was hat der denn für ein Problem mit dem Klettern? So. Ja. Ja. So, und. Komm. Ja, das schaffst du. Muss ich vielleicht den anderen da hochklettern? Ich raffe es nicht. So, noch einmal. Vielleicht doch die Richtung. Ja. Komm. Ja, das hat er geschafft. Nein. Nein. Gerade regt mich Cyrus schon ein bisschen auf. Das war jetzt sehr, sehr knapp. Ja. Komm. So. Ja. Ich hatte jetzt Panik gehabt. So, hier ist das Schwierige. Dann machen wir hier ein Save Game. So. Und versuchen es jetzt noch einmal. Mal da vorne. Ja. Komm, komm, komm. Boom. Wir wechseln jetzt hier einmal zum Schwert. Machen hier auch noch mal ein Save Game. Weil dann haben wir zumindest das Schwere hinter uns. So. Da müsste gleich irgendwie eine Wache kommen. Ich hoffe, den überstehen wir. Kann ich. Habe ich irgendwas. Strength Potion. Äh. So. Okay. Noch nicht. Yo. Alles klar. Ich kann den Strength Potion noch nicht nehmen. Head Power machen sollen. Komm. Komm. Noch ein bisschen. Ja. Dann würde ich es laden. Machen wir hier in der nächsten Folge weiter. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's. Euer Max Deos. Und ciao. Euer Max Deos. Ich bin's. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020